Pautchen wartet, der ist schon ganz uniduldig. Ja, ich bin jetzt gerade nach Hause gekommen, war beim Lungenarzt. Hab mal wieder hier so ein Zeug bekommen. Und da ich gerade unterwegs war, da war ich schnell bei Kaufland. Das liegt alles auf dem Weg. Da habe ich mal schön Würsinkohl geholt. Wenn ich mal so einen Würsinkohl-Eindruck machen. Und schöner grüner Spinat. Ohne diesen Blubjob. Ja, Dampfwürste, Kräuterdampfwürste. Für Paul habe ich den auch noch was mitgebracht. Knapperkissen. Für Haut, Fell und so weiter und so fort. So, einmal Remoulade. Dann werde ich mal wieder Sülze essen. Bratkartoffeln, Sülze. Gute Jagdwurst. Die ist echt prima. Da werde ich dann nicht diese Wochen, aber irgendwann. Die hat ja Haltbarkeit bis 22.11. Gleich nächste Woche so einen schönen Salat wieder machen. So einen Fleischsalat. So, Eisbein. Na ja, was ich damit mache, weiß ich gar nicht. Auf alle Fälle essen. Ja, hier ist die Backwagenabteilung. Ah, hier sind die Filet. Habe ich noch geholt. Ja, ein schönes Kasten Weißbrot. Einmal frei. Zwei Zimtschnecken. Kleine Pizza und ich werde gleich essen. Aber mir hängt der Magen in der Kniekehle. So, und Sandwichscheiben nehme ich immer zum Toasten, als Toast. Ist besser wie Toastbrot. Finde ich jedenfalls. Ja, das war das. Und Paulchen, der wartet, war. Der kleine Scheißer. Ja, brauche ich eigentlich morgen nur noch bei Aldi. Eier holen. Butter. Und mehr Brot dann. Und was zu trinken. War, Paule? Hm? Ja, guckste gleich wieder weg, war. Ich geb dir gleich was. Paulchen bekommt was. Ja, siehst du, habe ich doch noch ein Video heute. Wollte eigentlich ja kein Video raufmachen.